Jo, Freunde, einige von euch können sich eventuell noch an dieses hässliche Bild von mir erinnern. Ich bin gerade aktuell bei meiner Oma, deswegen kurze Auto-Check. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, denn dieses Bild bekommt jetzt ein kleines Glow-Up. Ich habe damit angefangen, erstmal das ganze Bild zu grundieren. Danach wollte meine Oma und ich mal ein kleines Experiment starten und haben dann Kleber mit Sand gemischt. Das dann auf das Bild aufgetragen und dann erstmal mit einem Föhn trocken geföhnt. Anschließend haben wir dann Balze genommen, das ist eine sehr hochzentrierte Farbe. Und die dann einfach auf das Bild geknallt. Und die dann mit der Wasserflasche ein bisschen verteilt. Einmal in Orange und einmal in Rot. Dann gab es noch einen kleinen Zwischenfall, weil ich musste das Bild einfach retten vor dem Rasenmäher meiner Großeltern. Und jetzt muss ich erstmal trocknen, also kommt wieder für Part 2.